ist ja okay aber nicht alles von uns sind mit der Maus rübergehen mit dem markiertes Buch eine Oase von unvergleichlicher Schönheit war eine große magische Schlacht hat das Wasser aus der Erde gesunken und jedes Tier im Umkreis von vielen Meilen getötet Aha das wusste ich nicht gut dass mir das gesagt hat oh guck mal da kommt aus dem Maul ein Traum Ich bin noch nicht wieder bereit Ich habe nicht genug Geisteskraft Alter Der Kampf ist vorüber Ja das sehe ich aber noch nicht Lol ich werde sterben jetzt Ich bin noch nicht so weit Boah Zum Glück bekomme ich Heilung wenn ich Geisteskraft verbrauche Ähm Hier ist nichts Mal Tab drücken Ja das ist wieder so ein riesen Gebiet da muss ich glaube ich alles aufdecken Da werde ich wohl nicht drum rum kommen Ja Danke Zombies Zombies gehen eigentlich Ich habe nicht genug Geisteskraft Die können sich ja nicht bewegen Das ist schon in Ordnung Ihr seid besiegt Zehn mit einem Schlag Hammer nice Hup kombos hingelegt direkt neue schweine hier ist auch nix aber so kann man stück für stück alles so ein bisschen aufdecken aber wie lange das manchmal dauert bis die rechte maustaste kommt aber blieb wahrscheinlich daran dass ich die linke maustaste so krass bämme wenn ihr das sehen könntet wie meine maus auf die meine zeigefinger auf die linke maustaste einhämmert ich bin total erstaunt warum die überhaupt noch funktioniert aber jetzt weiß ich auch warum die batterie andauernd leer sieben mit einem streich nicht genug geisteskraft ich bin noch nicht so weit verzeihung viermal f*** dich nicht genug geisteskraft nicht genug geisteskraft das schlimme ist ja das ist ja nicht das einzige dass ich die beiden eingänge finden muss nein hinter den eingängen verbergen sich noch so eine hübsche ruine die noch mal ewig lang ich habe das gefühl dass ich zu langsam fortschritt mache ich habe allerdings auch kein vergleich wie schnell es gehen sollte ah da ist der eingang da gehen wir gleich mal rein laber 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 ich kann es spüren ich kann es spüren ja ich auch so und dann ist er dazu ja diese ruinen die hasse ich besonders weil die so verwinkelt sind dass die horatren einen art wie sie aus das sah ja nicht immer so aus ne wahrscheinlich war das noch wunderschön als die horatren hier waren und hell und heile hallo und vor allem monster frei ihr seid besiegt ihr seid besiegt so haben wir auch erledigt hoch wobei das wird ein normaler oder so groß aus aua ich bin noch nicht wieder bereit lass das sein mein freund du schwein der t sieht aber schon so richtig aus aber irgendwie auch nicht muss das zetteln auf ah ein goblin yo kein goll nicht genug geisteskraft fick dich mit geisteskraft töte den goblin wieder ein einkommen schatzsucher aber das ist der schatzsucher das war nicht so schlimm wie heißt es auf der diablo wiki seite der schatzsucher sucht noch nach seinen schatz er hat noch keine ich glaube der stand dann wahrscheinlichkeit für ein blaues item mittel oder normal wahrscheinlich kein gelbes item oder oranges item fast unmöglich stufe 41 zyklonschlag windweil entrüstung mantra der vergeltung gleißendes licht bei lichtblitz lichtblitz benutzen wir oft müssen wir mal gucken machte denn erhält die chance dass euch elite gegner verfehlen um 60 prozent was haben wir bei zyklonschlag windweil nach auslösen der fertigkeit zyklonschlag wird zusätzlich eure ausweichschancen drei sekunden lang um 20 prozent erhöht auch gut ich dachte hier ist hier der kopf sein müsste das blut sein müsste ich mich aber vertan ich bin noch nicht wieder vor allem ist das heftig Alter, ich muss die Wichser hier kaputt machen. Ja, ist ja gut jetzt. Oh ja, jetzt bin ich aber auch geschafft. Ich hab's geschafft und ich bin geschafft. Okay, hier ist nichts. Ah, das ist Ruhe. Ja, ich hab's gar nicht gesehen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Und dann gehen wir mal nach da. Schlangenviecher. Vor allem die falsche Richtung, aber die haben auch zu Schaden bekommen. Ich hab' vielleicht manchmal das Gefühl, dass die 2 nicht jetzt nicht funktioniert. Also der Skill jetzt. Die Taste müsste eigentlich funktionieren. Das Latour war ja teuer genug. Wobei der Preis ja nicht immer an Anzeichen im Krieg ist. Das muss man ja mal dazu sagen, ne? Ich hab' jetzt, äh, in der Zeit, wo ich angefangen hab' zu let's playen, einige Sachen gekauft, an Programmen zum Beispiel. Wo ich damit im Endeffekt festgestellt hab', alter. Die waren nicht mal die 15 Dollar wert, die sie gekostet haben. Das ist echt schlimm manchmal, weil das Problem ist ja, wenn du so ein Programm mit internet kaufst, du hast da eigentlich noch die Gabe recht. Das würde ich mal gerne wissen. Also könnte ich jetzt eine E-Mail hinschreiben und sagen, hier, habt ihr eure Seriennummer wieder? Ich will halt nicht, das ist scheiße. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe nicht genug Geisteskrank. Wenn ich mir zum Beispiel X-Split angucke, das kann ich gar nicht benutzen, weil so viele Ressourcen ist auch, dass ich nicht vernünftig streamen kann, wenn ich X-Split nutze. So, die Übertragung und alles ist ja astrein bei X-Split und das stürzt auch nicht ab und so. Aber, zocken kann ich ja nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil OBS ja noch ein paar Macken hat. Ich glaube, OBS ist auch immer noch in der Beta. Wenn ich gerade richtig informiert bin. Ah, da ist ja das Blut. So, Blut Nummer 1. Ah, guck mal, wer da ist. Loll, Alter. Das sieht ja aber heftig, aber da kommt noch eine blaue. Alter. Da geht ja gar nicht, ey. Ich will nicht sterben. Piss euch. Boah, ey. Schade, ach, weil sie Schaden machen. Ach, nee, reflektieren Schaden. Alter. Wie soll man aufhören mit den Schaden reflektieren? Ich bin noch nicht wieder bereit. Jetzt. Jetzt meiste Karte. Aua. Alter. Ah. Also die plus der blaue da. Oder, nee, gelbe. Ach so. Das war ein Item. Das war ein Item. Balser. Komm her, du Wichser. Du Schwein. Mach dich jetzt platt. Wie heißt der? Magie. Magierfürst Miskin. Magierfürst Miskeburt. Komm her. Nicht wegrennen. Du Miskeburt. Miskeburt. So nenne ich den Part. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder ein Part vorbei war. Okay. Miskeburt. Wenn ich darüber nachdenke, ist das lustig. Oh, hab ich aber wieder einen Schenkelklopfer hier rissen, ey. Wat für ein Schwortwitz. Wat für ein Schwortwitz. Was ist das denn? Brast, der Gelehrte der Zakarum, schrieb, dass die trostlosen Sande entstanden, als eine Schlacht zwischen Magierklasse und Klassiker und Klassiker, die das gesamte Gebiet verwüsteten. Ziemlich verarscht. Aber das erklärt nicht die riesigen Skelette. Niemand konnte sie je identifizieren. Stimmt. Handelt es sich um eine ausgestorbene Spezies riesiger Tiere? Dinosaurier. Nein. Dinosaurier. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Oh doch, ich weiß es schon. Dinosaurier. Ich habe nicht genug Geistesgraf. Ist mir scheißegal. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, oh. Schon wieder voll. Hallo. Ich muss verticken. Alter, guck mal, Faustwaffen. Alter. Die machen ja sogar mehr Schaden. Alter, minus 136. Warum sage ich jetzt wieder auf Alter? Okay, ich habe 7000 Leben. Vielen Dank.